Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem nächsten Meisterschaftsspiel, dem regulär vorletzten Heimspiel hier in der Bentele Arena in dieser Saison gegen den VfL Wolfsburg. Anstoß am Sonntag um 15.30 Uhr. Wir haben an das Hinspiel gute Erinnerungen mit dem Punkt, den uns dort sicher keiner zugetraut hat, wie wir das Spiel jetzt angehen werden, wie die Ausgangslage auch im Kader ist. Bitte, André. Ja, von mir ein herzliches Willkommen. Ja, ich kann anschließen, im Hinspiel hat uns dort keiner einen Punkt zugetraut und denke, das Gleiche gilt auch für das Rückspiel am Sonntag. Auch da traut uns wahrscheinlich kaum einer was zu, zumal es für den VfL Wolfsburg ja auch noch um so wirklich sehr viel geht. Ich kann aber sagen, dass wir schon ausmachen, dass wir bei unseren Jungs dieses Brennen, dieses Leuchten in den Augen wieder sehen, seit mehreren Wochen. Ja, sie sind einfach heiß ohne Ende und sie glauben total an sich wieder und ihre Stärke. Es hat sich ausgezeichnet, dass wir in den vermeintlich schwierigen Phasen, die wir ja auch zum Teil hatten, immer ruhig geblieben sind, dass wir immer an unsere Stärke geglaubt haben, mit Erfolgserlebnissen in die Spur zu finden. Und das ist uns in den letzten Wochen wirklich hervorragend gelungen. In den letzten vier Spielen sieben Punkte geholt. Ich glaube, das hat uns überhaupt keiner für möglich gehalten. Ja, und so werden wir gegen eine Mannschaft spielen, die über Rang besetzt ist, individuell hervorragend aufgestellt ist, super Einzelspiele hat. Und trotzdem spielen wir bei uns im eigenen Stadion und möchten einfach da weitermachen, wo wir aufgehört haben, an uns glauben, ja, mit Zweikampfstärke, mit Aggressivität und darüber hinaus guten Fußball nach vorne zeigen, um dann am Sonntag, ja, warum auch nicht, unsere Chance als Außenseiter, der wir ja nun mal sind, das ist ja klar, zu nutzen, um weiter zu punkten, um das Ziel zu erreichen. Dafür stehen uns ja alle Gesunden zur Verfügung. Das ist ja meistens so. Außer Albern Mäher, Marvin Dutsch und Tommy Bertels sind alle im Training gewesen. Lucky hat ja zwei Tage nicht trainiert und wird jetzt auch wieder ins Mannschaftstraining voll einsteigen. Und auch da sind wir sehr gute Hoffnung, dass das bis zum Spiel passt. Moritz Doppelkamp hatte sich im Training gestern eine leichte Knieverletzung zugezogen. Das Knie ist auf einmal angeschwollen. Die Ursache konnte er nicht ermitteln, aber die Untersuchungen haben gezeigt, dass es wohl nicht so gravierend ist. Und da werden wir die nächsten Einheiten abwarten, ob das auch zum Spiel reicht. Also das ist mit Sicherheit nicht egal, denn diese Tore haben da auch zugeführt, dass wir in Freiburg gewonnen haben. Von daher war das natürlich sehr wichtig. Lukas hat gezeigt, dass er momentan eine super Stärke von der Bank aus hat, unser Spiel zusätzlich zu beleben. Hat aber darüber hinaus auch in der Woche gut trainiert. Da sind die Einsatzchancen offen. Das kann ich so sagen, denn wir überlegen uns schon genau, was wir machen wollen. Und wie immer, wir einen guten Plan vorgeben. Aber alle anderen Spieler sind auch in einer guten Form. Ja, und von daher ist Lukas aber jemand, der viele Einsätze hatte in dieser Saison. Und ich habe mit ihm die Woche ja auch nochmal gesprochen. Er hat diesen weiteren Entwicklungsschritt genommen, den er sich vorgenommen hat, den er sich versprochen hat vom Wechsel zum SC Paderborn. Er hat sich etabliert in der Bundesliga. Er hat jetzt auch für Aufmerksamkeit gesorgt. Er ist ein anerkannter Spieler und das war er vorher bei seinen Stationen nicht. Und von daher hat er auch eine tolle Entwicklung genommen und in Freiburg auch gezeigt und das umgesetzt, was wir lange mit ihm auch trainiert haben, was ihm noch ein Stück weit gefehlt hat, diese Zielstrebigkeit zum Tor, den Abschluss zu suchen. Und das hat er wirklich dort klasse gemacht. Und ja, war dann ein großes Element, dass wir dieses Spiel gewonnen haben. Ob er aber deswegen am Sonntag auch spielt, werden wir natürlich in unsere Planung einfließen lassen und kurzfristig entscheiden. Ja, Fakt ist, dass wir vom ersten Spieltag an, auch wenn es am Anfang der Saison so lief, dass wir auch mal Tabellenführer waren, ging es für uns ausschließlich darum, dass das Ziel Klassenerhalt zu erreichen und um nichts anderes. Dass uns auch dort schwere Phasen erreichen werden, war uns allen bewusst. Ja, die wurden dann natürlich etwas tiefer ausgeschlachtet, als wir es empfunden haben. Wir haben niemals am Boden gelegen. Wir haben immer innerhalb der Mannschaft dafür gesorgt, dass, wenn wir mit einem Erfolgserlebnis den Glauben auch zurückbekommen, dass alles möglich ist. Und andere Mannschaften haben andere Zielsetzungen gehabt. Teilweise von Europa. Und ja, diesen Erwartungen sind sie nicht gerecht geworden. Entsprechend ist der Druck größer. Und dass wir mental eine starke Mannschaft sind, das haben wir auch in der letzten Saison unter Beweis gestellt. Und das zeigt sich jetzt wieder auch. Die Jungs zweifeln an sich überhaupt nicht. Sie sind sehr zielstrebig, total fokussiert. Das merkt man im Training und in den Spielen auch. Und deswegen bin ich auch davon überzeugt, dass wir die nötigen Punkte holen werden, um die Klasse zu halten. Also eigentlich finde ich, dass es immer ein Nachteil ist, wenn man hinten dran spielt und nachlegen muss. Aber an diesem Wochenende, finde ich, ist das ein Vorteil. Denn wir können natürlich auch uns anschauen, was die Konkurrenten machen. Wenn sie alle punkten, dann wissen wir am Sonntag, dass wir, ja, müssen, in Anführungsstrichen, ja, und dass wir den Gegner sowieso nicht zu leicht nehmen, aber dass wir noch mehr fokussiert sind. Und wenn sie straucheln, haben wir die Möglichkeit, mit noch mehr Gier, mit noch mehr Willen nachzulegen, um den Abstand zu vergrößern. Also von daher passt mir das eigentlich ganz gut. Und trotzdem können wir nur das beeinflussen, was wir am Sonntag auf den Platz bringen. Und da spielen die anderen im Grunde eigentlich eine kleinere Rolle. Also wir werden deswegen dann nicht mit der B-Elf spielen. Das kann ich Ihnen versprechen. Das hat ja mit der B-Elf nichts zu tun. Das ist ja die Frage der Ausrichtung, ob sie jetzt defensiv da rangehen oder ob sie offensiv rangehen. Ja, aber wenn ich wochenlang sage, dass wir natürlich auch die anderen beobachten und dass wir natürlich auch auf die Spiele schauen. Aber beeinflussen können wir doch nur das, was wir selber machen. Und unsere Ausrichtung ändert sich doch nicht für das Spiel. Wir wollen in diesem Spiel unser Bestmögliches geben und wir wollen den großen Favoriten hier in unserem eigenen Stadion ärgern. Also spielt das ja gar keine Rolle, ob die anderen punkten oder nicht. Wir wollen für unseren Fans das Bestmögliche geben und jedes Spiel gewinnen, wenn es möglich ist. Ja, und auf Unentschieden zu spielen, das geht sowieso gar nicht. Aber wenn das im Endeffekt dabei herauskommt, gegen Wolfsburg einen Punkt zu holen, dann muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, dann ist das auch eine Sensation. Ja, durch die Erfolgserlebnisse in den letzten Wochen haben wir diesen Glauben auf jeden Fall zurückgewonnen, dass wir es schaffen können. Ja, das haben wir auch intern nie in Frage gestellt, auch wenn es schwierige Phasen gab. Ich habe es vorhin ja schon gesagt, gerade auch diese letzte Saison, wo wir auch ein paar Spieltage vor Schluss benachteiligt wurden, wo im Grunde der Zug abgefahren war, aber wir trotzdem unsere Chance genutzt haben und dann, als wir diese Chance bekommen haben, nichts mehr zugelassen haben. Und zwar total mental stark, ohne Nervosität, jedes Spiel abgearbeitet haben und gewonnen haben. Und natürlich ist es in der ersten Liga etwas schwieriger, weil die Gegner eine andere Qualität aufweisen. Aber nichtsdestotrotz macht uns das ja stark. Wir verfallen ja nicht in Aktionismus, wir lassen uns keine anderen Sachen einfallen, um abzulenken, sondern wir haben uns die ganze Zeit nur für unsere Aufgabe konzentriert, wir haben gearbeitet, wir haben die Lockerheit immer aufrechterhalten, weil auch das uns letztes Jahr zum Aufstieg geführt hat. Und wir werden stark sein im Kopf, egal ob wir jetzt am Wochenende gewinnen und danach vielleicht wieder auf einem Abstiegsplatz stehen, denn die Tabelle wandelt sich ja von Woche zu Woche. Das wird auch bis zum Schluss so bleiben. Aber wir werden im Kopf sehr stark sein, mental gut. Und ich denke, das ist ein großer Vorteil gegenüber diesen anderen Mannschaften, dass wir das auch in der letzten Saison schon in der Form positiv am Ende gestaltet haben. Gibt es noch Fragen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann sehen wir die meisten am Sonntag wieder. Bis dahin eine gute Zeit.